Heute haten wir den offiziellen YouTube-Kanal. Muhahaha. Da ist er ja. Muhahaha. Jetzt mache ich YouTube fertig. Euer Kanal ist schlecht. Muhahaha. Ich bin so böse. Das habt ihr nun davon, dass ihr ständig so schlechte Kanaldesigns erfindet. Ich hasse dich, YouTube. Mal sehen, was ihr mir so an Videos vorschlagt. Das sieht schon sehr schlecht aus. Dann klicken wir es auch gleich mal an. Ein geübter Hater weiß sofort, was schlecht ist. Ich hasse dich, YouTube. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. P.S. Eure Videos sind schlecht. Mhahaha.